Im Hintergrund sehen wir die Maschine unter Tutten Topal, der automatisch Container entlädt. Diese Maschine kommt zum Beispiel in Logistikzentrum zum Einsatz, wo ein Container mit Kisten, zum Beispiel Schuhkartons aus Asien kommt. Hier durchsieht das Ganze voll automatisch. Der SEMAT bedeutet für uns, dass wir mit einem Produkt kommen, das nicht mehr da ist. Wir haben nach 2015 entschieden, dass wir von Hydrauliksystemen zu SEW Motion Control und SEW Servo Motors. um die Bewegung unserer Systeme sehr leicht zu machen. Das war ein Projekt für unsere neue MOVIC Kinematik, die hier zum Einsatz kommt. Die haben wir im Vorfeld durch unsere 3D-Simulation die Maschine virtuell in Betrieb genommen, noch während der Aufbau lief. Als die Maschine fertig war, nur noch sehr wenig Zeit zur Programmierung benötigt wurde. Was ist das für die Maschine? Der Grund für uns zu arbeiten mit SEW ist, dass wir wissen, dass sie eine große Firma sind. Und sie haben viel Unterstützung, um uns zu helfen. Sie waren immer da, wenn wir sie brauchten. Und das hat sich in ein System, das sehr reliable ist. Und das funktioniert einbahnfrei. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank.